Ich geh erstmal viel tiefer. Du musst erstmal hinzubilden. Du musst erstmal reinzubilden. Lass ihm Zeit. Er macht das schon. Ja klar macht das. Ich wollte nur ein Radfahrt gehen. Er kann ja erstmal tiefer und kann dann besser wo du hinzubilden. Alter, was liegen da so viele Leichen? Im Militär. Ich dachte, das wären Zombie-Leichen. Irgendwer hat das schon gelootet. Ja, das sieht gar nicht immer so verkehrt aus. Ich guck jetzt direkt von oben auf den Hebel. Ja ich auch, das sieht ziemlich gut aus. Ja, geh mal runter. Nicht so schnell. Ein bisschen links musst du auf jeden Fall noch. Aber nicht so viel. Typisch Beifahrer. Warum wollen wir denn jetzt mittendrin landen und nicht 2 Meter weiter? Weil wir gestern schon das Problem hatten und 3 Meter weiter gezogen sind. Das sieht sehr gut aus. Ja. Ja, das sieht sehr sehr gut aus. Du musst nur ein Stück nach rechts drehen. Nee, passt perfekt. Nice. Oh mein. Nice. Das lobe ich mir, Alter. Good job. Top. Nothing. Ja, da müssen wir erstmal was spawnen. Da müssen wir erstmal eine halbe Stunde kämpfen hin. Hier liegen so Leichensäcke. Ja, ja. Hä, du warst doch letztem auch hier. Vor uns erstmal Zombies zu spawnen auf der anderen Seite. Ja, hier ist noch nichts zum Glück. Aber die Soldaten kann man nicht muten, ne? Ja, teilweise schon. Ja. 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 Wir geraten ja voll auf die schiefe Bahn. Ich hab ihn ja gefragt, ob er uns looten will. Er meinte, ne. Und dann looten wir ihn. Die sind perfekt. Die 1, 2, 3 Zombies stehen drum herum und machen genau nichts. Und hier ist er. Aber ich würde auch sagen, wir knallen die nicht ab. Sonst kommt doch viel mehr. Ist auch noch einer. Ich hatte nämlich gerade mit dem Gedanken gespielt. Ne, ne. Ich würde die nicht abknallen. Schüssel bewirbt nur, dass noch mehr Zombies kommen. Wir kommen ja jetzt auch nicht in die Zelte rein. Doch. Doch, doch. Pass auf hinter dir. Pass auf. Ja, ich hab schon gesehen. Ich schlag mich wieder. Hier. Sandsack. Oh, hier liegt ne fette Kniffel. Ich glaub mal durch. Was meine? Meine. Ich hab nämlich nur geschossen. Ne, ist ne normale M14. Entschuldigung. Ich hab ne Bandage gefunden. Okay, der Fritz hat ne Shotgun. Also, der kann auf jeden Fall nicht auf Entfernung kämpfen. Was ist das denn hier? Ohne Ballerei. Fett, oder? Ja, ja. Ohne Ballerei. Versucht's ohne. Brauchen wir Rauchgranaten? Schmeiß mal eine irgendwo hin. Ja, ja. Weit weg. Aber nicht direkt hier an. Schmeiß die am besten irgendwo ganz an den Arsch der Welt. Mit F auswählen und dann mit der linken Maustaste. Wär ich oder was? Ja, wer auch immer die hat. Ja, ich hab hier rote, rote Rauchgranaten. Ja, schmeiß die hier nach hinten. Hinter den Heli. Dass wir nach vorne hin looten können. Ja. 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 Also hier hinter, ja? Ja, ja. Einfach da hinten. In Richtung der Fahne da. Was liegt hier? Ich hab hier noch eine 17. Ein Fernglas. Braucht jemand ein Fernglas? Nö. Ich hab. Glaube ich, ja. Hab ich. So, jetzt muss ich mal mein Magazin wiederholen. Hier wäre von uns die M240. Ich hab das für Munition gewonnen. Sven. Ja, das war meine. Sehr gut. Ich hatte die kurz gedroppt. Wer schießt denn hier? Ah, fuck. Ich glaube das war eine Axt oder irgendwo was. Oh, na, Pepsi. Blitz. Hier liegt noch was. War leer. Rauchgranate. Grün. Ah, schmeiß irgendwo hin, ey. Irgendwo an der Seite. Ja, ich schmeiß die nach da hin. Das war dann, ne? Ja, ist noch nicht erstens spawnd. Hier ist noch eine M4. Wo ist das? M4A1, aber ohne Lisier, ohne alles. Die haben wir ja. Die haben wir ja. Hab ich auch. Wo ist denn jetzt meine Munition? Äh, da musst du zu mir kommen. Warte. Achso, tu dir einfach ein Heli rein. Okay, ich mach dann Heli. In diesem großen Zelten ist aber gar nichts. Ich komm doch jetzt spawnt hier was. Ah, doch hier sind das Leere. Ist er im Heli? Ja, der fliegt. Medipack. So ein bisschen Loot recyceln, glaube ich. Also das rausnehmen, was da ist, und da irgendwo hinschmeißen. Jetzt brauchen wir, äh, eine coole Geschichte so, ne? Kein Stress, kein Schuss ist gefallen. Wer startet den Hubschrauber? Ja, ist seiner, ja. Wir klauen den noch eh nicht. Ne, ne, aber ich dachte, der hätte gerade... ...nusern geklaut. Was weiß ich mal? Hier ist einer G17, wer noch keine 6 hat. Ich hab den Revolver. Zeig mal. Ich hab noch keine. Ich brauch dringend eine, weil ich ja scharfe zu finden. Hier. Ja, ich geh mit dem links. Ja. Nice. Hängen sie dir mit, Mann. Danke. Oh, Tommy. Hey, Leute. Hier ist ein Shotgun. Ihr müsst das mal nehmen, das Zeug. Einfach mal hier irgendwo hinlegen. Vor das Ding. Damit da wieder was Neues spawnt. Ja. Hier ist eine M16A2, falls einer möchte. Hier ist, äh, Shotgun Munition. Ja, hier ist auch die Shotgun dazu. Wollen wir die mal einfach rausholen? Ja, legt's einfach irgendwo hin. Ich tu meine Waffe jetzt. Naja, ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Ja. Ich hab jetzt mal ein G36 hier drin und nehm jetzt die Shotgun. Und pack die in den, in den, äh, Hubschrauber. Hier in dem Zelt irgendwas. So, Shotgun raus, G36 rein. Hier ist wie gesagt die M4. Also ich tu mal mein Gewehr, ich tu mal mein Gewehr jetzt hier in den Heli, dann kann ich hier auch mal die Waffen rausziehen. Ja. Haben wir da noch Rauchgranaten? Ne, ich hab keine mehr. Hier das, ähm, das packen wir auch mal hier rein. Warte, ich nehm das schon raus. Ja, das ist klar. Also draußen nehmen wir unsere Zelte einfach einstecken, rausnehmen, vorm Zelt einfach wieder hinschmeißen. Einmal hinschmeißen. Einmal hinschmeißen. Einmal hinschmeißen. Dann droppt er, äh, dann spawmt hier was Neues. Jep. Soll das Bug-Using, Alter. Ne, es ist, es ist, es kann Bug-Using. Ah, im Endeffekt schon. Hier ist ein, hier ist ein Gewehr drin. Ja, das ist die Shotgun. Ja, dann holen wir uns jetzt wieder raus. Würde ich die gern haben, hab ich schon. Fäuschen und fleuchen Luft mit Zombies. Ich zieh die mal grad ein bisschen, äh, irgendwer müsste die mal wegziehen. Am besten. Ja, ich komm jetzt. Ja, oder da kommt wer von hinten? Ja, einen bist du losgeworden, den anderen nicht. Was denn? Die sind doch... Sollst du doch von dir ablenken oder nicht? Hast du die genommen, die Waffe, die da lag? Ne, noch nicht. Ich komm ja nicht ran, weil hier die ganze Zeit Zombies sind. Ich komm doch mit, ihr scheiß Viecher. Kommt doch mit. Kommt doch mit. Kommt doch. Ja, jetzt sind sie da. Bei mir leckt es grad auch unnormal. Ah, ist die M16. Okay. Nimm die mit. Da kommt einer rein. Pass auf, ich kann die nicht ablenken. Ja, hab den schon. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Okay, ich muss mich... Du lootest, du lootest. Ja, ich weiß. Soll ich dich verbinden? Ne, ich hab... Oder, ich hab nicht. Mach du. Oh. Ich hab meins in den, äh... Trucker Schaden. Oh. Oh. Ja, jetzt spawnen hier auch richtig viele Zombies. Aber wir sind hier immer noch safe. Top-PD, ey. Ja, ist so. Ohne Scheiß. Und wie viel wir gelootet haben jetzt. Hier liegt immer noch ne Waffe rum, ne? Weißt du, wie stressig das wieder geworden wär? Wo liegt ne Waffe? Hier auf dem Boden hinter mir. Ist die M16 hab ich jetzt. Ne, hier, die... Die M4A1. Als Reservewaffe, weißt du? Och, Mann. Ja, die hab ich da hingeschmissen. Ja, warum? Brauchst du nicht in der Heli getan? Ne, weil meine Waffe im Heli ist. Und wir brauchen keine normale Standard M4, alter. Alle Waffen? Ich strong die M16 jetzt auch. Nein, die Standard M4 kriegst du ja beim Spawn schon. Eben. Deshalb unnötig. Na gut. Ich bin infiziert, scheiße. Ich brauch, äh... Hab ich noch eins dabei? Ne, natürlich nicht. Der hat einer von euch, äh... Der Dings hat, äh... Der, der, der Flo hat, glaub ich. Ja. Wo bist du? Äh, hier neben. Ne, auf der anderen Seite. Ah, hier. Ne. Ne, auf der anderen Seite. Sekunde, ich leg's dir in den Rucksack, warte mal. Wofür hab ich eigentlich Lager Feuerholz hier drin? Das ist auch Schwachsinn. Wir bräuchten echt noch so einer, so einer Smoke-Kranet. Und dann würden die nochmal echt sich alle verpissen. Ja, schmeiß die, genau, schmeiß die einfach mal nach rechts. Ja, hat ja keiner mehr eine. So. Doch, hab ich nicht eine in den Heli getan? Ach ne, ich hab die in den Dings getan. Hast du mir gegeben? Ne. Ja, du bist ja nicht gegeben. Ich hab nix. Oh lord. Ich hab hier nur diese Morphin-Auto-Injection. Ich hab da was gegeben, Alter. Ich hab da reingelegt, ey. Vielleicht wieder so'n Bug, dass das gleich wieder erst auftaucht. Ja. Was hast du mir du... Hat der eigentlich an die Sandbank hier hingebaut, oder was? Was hast du mir gegeben, hier die, äh... Äh... Die Würdiger. Hä? Ne. Ich mach mal ein Feuerholz hier raus. Im großen Zelten ist auch nix neues mehr gespawnt, ne? Ne. Ne, fuck. Ich verliere Blut ohne Ende. Komm mal zu mir, ich hab Bandagen auf jeden Fall. Ne, ne, das ist nicht das Ding, ich bin infiziert. Achso. Hattest du nicht zwei? Ne. Ach, scheiße. Schlecht. Wo ist denn der Kack jetzt hin, Alter? Der lag doch hier. Also, ich hab mir noch... Hier neben hier die Rechtslichtsache. Ja, da liegt was. Da liegt was. Ja, das ist hier die... Was ist das? Eine M-203-Granate. Eine Granate? Ja. Ja, ja. Ja, aber du brauchst doch Antibiotik. Ja, ja. Schmeiß die mal weg. Schmeiß die mal irgendwo in die Richtung. Warum? Das ist eine Explosivgranate, ne? Nein. Ja. Oder? Das ist eine Granate für eine Waffe. Da ist eine Explosiv. Ja. Ach, die ist für den Granatwerfer. Die ist eine Granatwerferwaffe. Das ist keine Granate, die man werfen kann. Dann droppt die wieder. Nein. Wieso? Den behalte ich hier. Ja, da tu die einen Heli, genau. Ah, fuck. Wo ist das scheiß Antibiotikum hin, Alter? Guck mal, ob die noch in deinem Rucksack ist? Ne, ne? Ich guck mal. Mach mal, aber ich glaub nicht. Also ich... Ne, ist raus. Also ich hab's nicht mehr. Scheiße. Scheiße. Hab ich die vielleicht aus Versehen bekommen? Ne, hab ich auch nicht. Check mal eure Rucksäcke. Also ich hab eben schon geguckt, da ist nix dran. Hier auf dem Boden. Oh, oh, oh! Diese scheiß verkackten... Ja, ich... Ja, ja. Ja, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass wir jetzt nach, ähm... Ja. Perno fliegen und die Militärzelte da looten. Ja. Da haben wir jetzt, oder? Alles klar. Ja, ich hab auch noch Blut dabei. Falls es nachher zu wenig wird, kann ich immer noch, äh... Ja, ich hab auch einen Randhof für dich. Also... Ich bin drin im Heli. Ja, ich bin drin. Von mir aus können wir... Das ist so blöd manchmal, äh, also... Aber das ist ja... Geile Sache. Guck mal, das ist fast ohne Verluste gut dumm gelaufen, dass der jetzt infiziert wurde. Ja. Aber normalerweise... Gestern ist das im absoluten Kaun, oder? Ja, ja. Ja, das Problem ist einfach, dass man hinten an den Handy nur dran kann, wenn man aus der Safe Zone rausgeht. Das ist echt scheiße. Da packen sie nämlich manchmal hin an der... an der Safe Zone und kommen sie durch. Wir machen einen Nachpunkt. Ich mach... ich mach schon. Machst du schon? Okay. Dann kann ich gemütlich aus dem Fenster schauen und die Landschaft gut achten. Keine haben geschwitzt. Können wir nach Heli Crash gucken, ne? Ja, wir haben ja keine Zeit wieder. Ich stehe aber sonst. Also ja, markieren kann ich auf jeden Fall. Kann man den Nachpoint eigentlich wieder weg machen, dass der nervt ist? Ja, mit der Maustaste draufgehen und dann entfernen drücken. Okay. Geht doch, genau. Entfernen. Hä? Mit der Maustaste draufgehen und entfernen drücken. Auf der Map passt ja dieses Fadenkreuz, ne? Ja. Da musst du mit dem Fadenkreuz auf den Nachpoint gehen und dann einfach entfernen drücken. Einmal landen? Geht nicht. Fabi, denk dran, dass du zwischendurch immer was frisst, damit du kein Blut verlierst, ne? Ja, ja. Wir haben ja alle Blattpacks. Wir können dich am Leben halten. Aber ich kann hier drinnen nichts essen. Ich kann den Buchschrauber ja nicht, äh... Ja, wir landen jetzt kurz wegen, äh... Äh... Elin. Watt. Da liegt doch... Liegt doch auf jeden Fall eine Knarre, die jetzt schon, oder? Ja, ja, hab ich auch schon gesehen. Ja, ja, hab ich auch schon gesehen. Ja, das war aber auch, ähm... Geht mal raus, geht mal raus, geht mal raus. Geht mal raus, geht mal raus. Ich rinde gleich noch den... Ja, ja, das ist immer raus. Wer ist das hier? Ja, verbinden. Achter. Ich bin auf... Aussteigen gekommen und hatte den alten Button und hab irgendwie Feuer gedrückt und dann bin ich schon mal entsprochen. Also hier sind auf jeden Fall zwei Verbandspackchen. Ja, nehm die direkt mit. Weil ich dann nämlich jetzt... Painkiller. Die Waffe liegt hier nicht. Ich spüre gleich mal selber. Ich glaube, ich hab die Beine gebrochen. Ich hab einen Painkiller hier, warte. Ja, wir haben einen Painkiller, genau. Ja, warte, hab ich selber, warte. Hier ist noch eine Granate. Zwei Stück sogar. Oh, jetzt bin ich außerdem an deinen Hochsammeln. Oh, alles wieder gut. Wrappen G17 liegt hier. Achso, ne, das ist meine eigene. Ich hab einfach nur Maus aufgedrückt und G17. Haha. Fail. Nix, ne? Ne, sonst nix. Ist jetzt nicht so wirklich gelohnt. Ne, ich vermute, dass der Typ die schon gelootet hat eben. Der andere Heli-Typ. Der hätte aber die im Verbandspäckchen mitnehmen können. Der hätte die nicht gesehen. Vielleicht braucht der die auch nicht. Kann aushalten. Ich geh wieder zu unserem Heli. Ja, ich muss kurz was essen. Ich will auch noch was essen vorher. Ja, damit schmeiß ich den Hubschrauber. Ist ne gute Idee. Ich war zum Glück noch hier äh... Egal. Bye. Ich glaub, Motor können wir doch schon mal starten. Ja. Ja, einer fehlt auf jeden Fall noch. Der hängt hinten an so. Ja, ja. Ja, komm ich an. Hast du Zeit? Mit wem kämpfst du da? Sind da... Sind da Zombies? Pass auf, da sind Zombies bei dir, ne? Warte, da fehlt auch noch jemand. Alle drin, alle, ich bin drin. Ach so, ja gut. Weil jetzt sind nämlich gerade Zombies am Brack gespawnt. Ja, ja. Ja, vielleicht sind da jetzt auch Waffen gespawnt. Vielleicht werd kein anderes. Ja, gut. Flo, warum hab ich jetzt keinen Sound mehr? Nee, nee. Sind wir jetzt auf, oder was? Musst du gleich nochmal raus und rein, gell. Aber nach dem Absturz eben, das muss freiwillig sein. Ich bin erst mal 10 Minuten hfk befressen oder so, ja? Jo. 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 Boah, ist das neblig, Alter. Ja, ja, ja. Boah, ist das neblig, Alter. Das ist doch mal ne Top-Landung. Das muss ich sagen. Das ist doch mal ne Top-Landung. Ja. Nahezu perfekt. Ja, gar nix. Okay, hier hinten sind's. Gear. Jetzt hab ich denn jetzt schon das. Zwei Granaten. Zweimal Magazin für Powerballen. Ich hab ne Klo-Rolle gefunden. Auch schön. Eine Map. Also wenn noch jemand ne Map braucht, hier ist ne Map. Aber wir haben ja sowieso alle von Anfang an eine Map, ne? Ja, eben. Nix, nix besonderes, ja. Ich bin wieder da. Hier liegt ne Waffe. Hier liegt ne... G, ein G-17. Lava. Hast du schon wieder deine eigene Waffe geöffnet? Nein, 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 nein. Äh, ne, nicht G-17. Das M4. De hoch. Ja. Ravi, der Timmy, der ist gestern, war der Feiern in der Stadt. Und hat sich, äh, es hat sich dann nach nem Taxi genommen und ist dann einfach abgehauen. Und hat sich dabei ultra hart auf die Fresse gelegt. Und hat jetzt die fetteste Wunde am Bein. Aber er musste kein Taxi bezahlen. Das ist die Frage, ob ich das gelohnt hat, ey. Ja, also. Der Schwasti. Ja, wundermal. Vor allen Dingen, es wäre mir einfach viel zu peinlich von nem Taxi davon zu laufen, weißt du? Weil ich nicht bezahlen kann. Dann würde ich einfach gar nicht Taxi fahren. Voller Zahn, Alter. Ja. Ich hab noch zwei Painkillers gefunden, die stopfe ich mir hier hinten rein. Seid ihr am Schießen? Naja, Krankenhaus. Ich. Schon mal ein Blatt gefunden, ein Stop-Händler. Also ich bräuchte, ich brauch jetzt mal ne Blut, äh. Transfusion? Ja. Wie viel hast du denn noch? Äh, ganz wenig. Ich hab unter dem Totenkopf schon fast. Bleib stehen. Aber ich bin halt immer noch infiziert, ne? Das ist jetzt nur ein Spiel auf Zeit. Ja, danke. Ah, du hast ja ne SD, ne? Hm? Ist die Schall gedämmt, oder warum hab ich nichts gehört? Die ist die Schall gedämmt, ne. Ist nur Standard. Der hat halt nen Mündungsfeuer-Dämpfer, da würde ich mit dir aber normalerweise lauter. Hast du, ähm, du bist ja am, hey, der da vorne blutet. Mad Max, du blutest. Ja, ich weiß, ich, äh, musste nur schon zu mir da vorne. Ich hab noch ne Bandage gefunden. Epi-Pen hab ich gefunden. Na, der Epi-Pen, der wird dir nix bringen. Ja, ich sag nur. Aber tu dem mal in den Rucksack, äh, in den, in den, in den Heli. Wirst du dich am verbinden, Flo? Oder soll ich dir helfen? So? Ich bekomm langsam Durst hier. Ich hab noch ne Bandage gefunden. Nein! Scheiße! Wie gesagt, wenn man an den Heli will kommen, dass man die Free Zone verlässt. Und ich blute wieder, alter, das ist doch nicht normal. Dann Bandageier dich, du hast doch noch, oder? Naja, hab ich. Hast du da was gefunden? Ne, ne? Ja, vor allen Dingen gibt's ja nichts gegen ne Infektion. Äh, ich hab grad noch ne CCO gefunden. Aber keiner hat, äh, was gegen meine Infektion, oder? Nope. Ja, dann würd ich sagen, äh, schießen wir mal ein bisschen auf die Zombies. Es gibt ja so einen Knacken raus. Es gibt ja... Es gibt ja nur zwei Knacken raus. Ja, stimmt. Das Große, ne? Ja. Ey, ich renne da jetzt mal hin. Ich auch. Boah, wie viele Zombies hier schon wieder einfach sind? Ja, aber der Rumba-Labi, äh, Geist ist krank. Und ich hab auch geschossen, aber ich... Ich bin hinter dir, Flo. Mal so rum. Wieso kann ich jetzt nicht mehr, äh, anvisieren mit dem Scheiß-MG? Äh, das hatte ich eben auch. Weiß nicht schon. Rückmann Null. Null auf dem... auf dem Numpad. Ah, danke. Brauchen wir, um den Heli drüben zu reparieren, nur... nur einmal Scrap-Metal, oder? Wir brauchen dafür so viel Kram, weil ich halt die Junkern hatte noch mit reingebrochen. Ach ja, stimmt. Du hast ihn ja gefickt. Ja, okay, dann schau's auf. Das können wir uns schenken. Machst recht. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Aber wäre dann denn nur eine Windschutzscheibe und einmal Scrap-Metal nötig gewesen? Nö, nö mehr. Ich glaub, da brauchst du sechs, sieben Scheiben, oder so, ne? Ja. Alter, wo bist du lang? Ich hab dich verloren. Ich hab eine Achs gefunden, ja. Ach so. Da rechts in das Lager will ich mal rein. Lass mal rechts in das Lager gehen, genau. Naja, geh doch, geh doch, geh doch. Vielleicht werden wir dann auch mal die Zombies los, wenn die hier reinkommen. Oh, ich hab noch zwei, zwei Kurs. Hier ist ein Autorad. Ja, ich hab dir ein Headshot gegeben. Warum lebst du noch, Peter? Boah. Da vorne ist es schon. Da vorne ist es schon. Da hab ich dreimal auf die Scheiben geschossen. Und die sind einfach immer noch nicht kaputt. Was ist jetzt? Ich sehe auch nichts. Das siehst du. Dann gehen wir mal aufs Krankenhaus. Bist du schon dabei? Nee, ich hab grad hart gestanden Bild. Ich geh drauf. Ich hab grad hart gestanden Bild, ne? Krass, wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ah, da bist du. Ja, okay. Alles wieder gut? Nee, ich hab immer noch derben Lack, ey. Da ist nämlich ein Zombie. Aber ich komm nicht an den ran. Ich meine, man konnte vom G36 zwischen den Visieren wechseln, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Mit, äh... Pass auf, hinter dir! Ja, scheiße. Hab ich. Mit, ähm, entweder mit dem Malzeichen, mit dem Durchzeichen auf dem Namen Pad. Das ist jetzt auch nicht mehr, genau. Ah ja, mal, äh, mit dem Durchzeichen. Ach man, hier ist einfach... Hey, Killers! Ah, okay, das brauch ich halt nicht. Ich brauch ja... Was sagt dein Blutstand? Ja, ist noch überm Totenschädel. Aber auf dem Krankenhaus war leider auch nichts. Take Soda, Pepsi. Dafür muss ich zuerst was trinken, damit ich... Was liegt denn da unten? Aber das ist nur Crab. Von Epi und Morphine, das ist nur... Nägel? Brauchen wir Nägel nennen? Tag Bandage. Nägel brauchen wir nicht. Oh! Somebody hier! Ja, Pinkkiller... Wir haben noch zwei Nägel im Moral. Was ist ne Tin Can? Ja, ne Tasse. Was heißt denn Unconscious Casualties? Dieser Epi-Pen, bringt der nicht irgendwas gegen die Dings? Ich glaub, wenn du, äh... Wenn du tot bist, also wenn du liegst, und wieder auf dem Boden, nicht mehr aufstehen kannst, da kannst du so nen Epi-Pen geben. Ich nehm den jetzt mal mit, und guck mal, ob das was bei dir bringt, Crabi. Ich hab welche. Ich hab ja auch einen, ich hab selber einen. Ja, du kannst ja doch nicht selber gehen. Nimm den mal an, guck mal, ob das hilft. Ja, hier ist auf jeden Fall Altmetall. Ich kann den gar nicht benutzen. Ne. Ne. Ähm, dort ich den erstmal gerade wieder. Und was ist mit Morphin? Hilf mir auch nicht, ne? Ne. Du brauchst Antibiotics, was anderes. Das geht ja nicht. Take was? Take Can... Okay. Hier ist ne Dose. Vielleicht muss man kurz mein Inventar leer machen. Aber du kannst mal kurz aufpassen, dass keine Zombies an mich rankommen. Wenn ich hier... Der Scheiß... Epi-Pen kann raus, brauch ich nicht. Die zwei Granaten raus. Der Scheiß raus. Der Scheiß raus. Der Scheiß raus. Der Scheiß raus. Vielen Dank.